Die Bundesliga-Saison nur ein Tor zum Titel. Das war bitter, aber ein deutscher Vizemeistertitel ist ein riesiger Erfolg für unsere Verein und für Memmingen. Und deswegen würde diese Mannschaft von der Stadt Memmingen völlig zurecht zur Mannschaft des Jahres gewählt. Und wir haben hier Bürgermeister Helmut Börner, der den Pokal an die Mädels überreichen darf, zusammen mit unserem Teamleiterjugend Peter Genziger. So, und dann sehen Sie hier auch vier junge Damen im deutschen Nationaltraum, die das geschafft haben, was die Männer leider nicht geschafft haben und woran sich die Jungs beispiele nehmen sollten, nämlich die Olympia-Qualifikation für 2014 mit der deutschen Frauennationalmannschaft. Sie werden in Sochi in Russland dabei sein. Jennifer Haas, Susi Felner, Franziska Busch und Daria Kleister. Allesamt spielen Sie für den EZ-EZ-Wemmingen in der Frauen-Bundesliga. Ja, das ist sicherlich ein Riesenapplaus wert. Also, diese Benninger reden fahren zur Olympia. Das wird sicherlich ein Erlebnis, aber das ist es 2014. Jetzt ist es 2013. Jetzt ist es höchste Zeit für Playoff 1-OK in der reis-hunde Bayernliga. Tigers gegen ihn jetzt. Auf geht's, Benningen bringt den Grünenberg zum B. Vielen Dank. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.